Ein Laternenlied, das man sowohl mit Laternen als auch mit Triangeln gestalten kann und bei dem der Text gleich die Choreografie beschreibt. Ich stelle dir mal meine Idee davon vor. Also erst bleibt man stehen mit den Laternen oder mit den Triangeln. Und bei den drei Worten hell, hell, hell wird mitgespielt. Siehst du, siehst du meine Laterne, sie leuchtet wie die Sterne. Hell, 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 siehst du, siehst du meine Laterne, sie leuchtet auf der Ferne. Hell, 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 das war der Stehteil. Ich muss ein bisschen leise singen, weil hier schlafen sie noch. Okay, dann geht man auf der Kreislinie weiter. Auch wenn wir heut spazieren gehen, sind die Gesichter. Hell, 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 auch wenn wir uns in Kreise drehen, Auch wenn wir stehen auf der Stelle. So, das heißt, wir sind weitergegangen, haben eine Drehung gemacht und dann hat der Text beschrieben, dass wir stehen bleiben. Und dann kann der A-Teil wieder beginnen. Siehst du, siehst du meine Laterne, sie leuchtet aus wie die Sterne. Hell, hell, hell. Ja, so hast du den Wechsel zwischen A-Teil, stehen bleiben, B-Teil, weiter gehen, Drehung, wieder stehen bleiben. Und das immer schön im Wechsel. Ja, gerade für die musikalische Früherziehung toll, wenn man eben auch mit einer Triangel das gestalten kann. Es gibt auch noch die Möglichkeit, wie man es mit zwei Klangbausteinen begleiten kann. Das stelle ich dir später mal vor. Viel Spaß damit!